Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ist Pokémon GO haram? Denn der eine sagt ja und der andere sagt nein. Was ist jetzt nun richtig? Ich zu meinem Teil kann keine Fatwa geben, aber ich möchte euch hier eine Nasija, einen Ratschlag mit auf den Weg geben. Und zwar, dass ihr dieses Spiel löscht. Ich persönlich habe es auch heruntergeladen. Ich habe es auch gespielt. Ehrlich gesagt, hat es viel mehr Schaden als Nutzen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber durch das Spiel laufe ich jetzt mehr und laufe ein Diskussion. Okay, jetzt könnte man sagen, während des Spiels höre ich mir einen Vortrag an. Okay, aber ich glaube nicht, dass du während des Spiels, wenn du dir einen Vortrag anhörst, dich wirklich auch auf den Vortrag konzentrieren kannst. So hast du eigentlich auch nur ein einziges Nutzen davon, und zwar die ganze Bewegung. Doch schauen wir mal, wie viel Schaden dieses Spiel bringt. Und zwar begibst du dich wegen dem Spiel zur Fitna zu versuchen. Und es reicht schon aus zu sagen, wie viele Unfälle es in der letzten Woche gibt, allein wegen diesem Spiel. Gewaltige Unfälle. Und dieses Spiel, Allah-u-Alam, meiner Meinung nach, glaube ich sowieso, dass dieses Spiel verboten wird. Und viele würden wegen dem Spiel auch vom Gedenken Allah-u-Tal-Ala abkommen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es halal ist. Ich sage nicht, dass es haram ist. Ich sage, als Ratschlag von mir an euch, dieses Spiel zu entfernen. Es gibt bessere Spiele, Denkspiele zum Beispiel. Und hiermit schließe ich dieses Thema ab. Und kommen wir zum nächsten Thema. Inschallah ist es bald so weit. Die 16 Prophezeiungen des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam werden inshallah jetzt ab morgen Ende dieser Woche bis in Allahi Ta'ala herauskommen. Und danach werden die Videos, die Barmherzigkeit Allahs und die Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala herauskommen. Und ein kleiner 5 bis 15 Minuten Kurzfilm herauskommen inshallah. Deswegen abonniert den Kanal und bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.